Ich habe hier ein sehr schönes altes Kon-Sopran-Saxophon aus den 20er Jahren, Mitte der 20er Jahre, hat die Serie Nummer 184.000, hat die für Kon-typischen Features wie diesen Daumenhalter-Ring hier, es liegt sehr gut in der Hand, hat umbordelte Tonlöcher und hat auch einen, wie ich finde, sehr schönen, warmen, weichen Sound zusammen mit diesem selber Mondstück Soloist Öffnung G und es klingt so. Musik Bei Interesse an diesem Mondstück oder diesem Saxophon meldet euch gerne.